Die NATO erklärte, dass der Einsatz eines experimentellen Mittelstreckenraketen gegen die Ukraine durch Russland den Verlauf des Konflikts nicht ändern wird. Ein solcher Schritt, erklärte die Sprecherin des Bündnisses, Faradak Lalla, wird die Verbündeten der Ukraine in der NATO nicht davon abhalten, Kiew zu unterstützen. Russland versucht, Zivilisten zu terrorisieren und die Verbündeten der Ukraine einzuschüchtern, indem es diese Art von Rakete einsetzt. Aber das ändert nichts an der Haltung des Bündnisses. Russland äußerte, dass es sich sicher ist, dass die USA die Warnung verstehen, die Moskau an den Westen gesendet hat. Die Hauptbotschaft ist, dass die unüberlegten Entscheidungen und Handlungen der westlichen Länder, die Raketen produzieren, sie in die Ukraine senden und dann an Angriffen auf russischem Territorium teilnehmen, von der russischen Seite nicht unbeantwortet bleiben können, erklärte der Sprecher des Kremls, Dmitry Peskov, der hinzufügte, dass Russland nicht verzlichtet war, die USA über den Angriff zu warnen, aber dennoch 30 Minuten vor dem Start informiert hatte. Peskov betonte, dass Präsident Putin trotz allem offen für einen Dialog bleibt. In der Zwischenzeit hat das ukrainische Parlament die heutige Sitzung aufgrund von Warnungen vor möglichen Luftangriffen abgesagt. Obwohl es von seinen Führungspersönlichkeiten keine offizielle Ankündigung gegeben hat, schrieb der Abgeordnete Oleksii Honcharenko auf Telegram, dass die nächste Sitzung für den 22. Dezember angesetzt ist. Der Militärgeheimdienst der Ukraine behauptet, dass die von Russland in Dnipro eingesetzte ballistische Rakete interkontinental gewesen sein könnte und wahrscheinlich eine KEDA, CEDA. Rakete war, über die die offizielle russische Nachrichtenagentur TAS 2021 berichtete, dass es sich um eine neue interkontinentale ballistische Rakete handelt, die Russland zur Ablösung des Jahres ICBM entwickelt.